Wir waren stehen geblieben dabei, dass die Kandidatur von Maaßen ein Affront gegenüber jedem in der Moderne lebenden Christdemokraten ist. Also ein in der Moderne lebender Christdemokrat ist ja im Endeffekt dann im Weltbild dieser Leute ein Spielball der Grünen und Linken, der alles, der zu allem Ja und Ahm sagt, was sie sagen, nur vielleicht noch sagt, ja, aber vielleicht etwas langsamer, als ihr es wollt.